Willkommen auf der PMI Expo 2017. Wir als Frequentis sind immer besonders stolz, hier auf dieser Messe auszustellen und unsere Innovationskraft und unsere Erfahrung einbringen zu können. Für die Bewältigung von Großschadenslagen ist es für unsere Kunden von elementarer Wichtigkeit, entsprechend gute Kommunikation zwischen allen Beteiligten zu haben. Mit unseren Systemen stellen wir die entsprechenden Kommunikationsmittel zur Verfügung, um das zu ermöglichen. Bei unserem Szenario haben wir genau das im Rahmen einer Großschadenslage nachgestellt und zeigen so unseren Kunden, wie die effektive Kommunikation mit technischer Unterstützung funktionieren kann. Man spricht von der Vernetzung aller Dinge. Das kommt immer mehr. Nicht nur jetzt im industriellen Bereich oder im kommerziellen Bereich, genauso im kommunalen und staatlichen Bereich. Und wie Sie das hier schön in Ihrem System zusammengefasst haben, nämlich ankommende Notrufe des Bürgers. Diese optimal zu verarbeiten und sie dann über Katwan in dem Falle an die Bevölkerung herauszugeben, ist der richtige Weg. Nämlich alle Aktivitäten bei der öffentlichen Sicherheit werden immer für den Bürger, für den Menschen gemacht. Und von daher muss ich alle Denkansätze ansetzen und ich kann Ihnen nur ein Kompliment aussprechen für diese Lösung, die Sie hier haben. Wir stellen die auch in unserem Safety Lab, in unserem Institut Fraunhofer Focus in Berlin vor. Also weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank.